Tja, Leute, da sind sowas wieder mit unserer Mappe zu. Ich freue mich, dass es wieder mal so weit ist und gebe der Hoffnung Ausdruck, dass auch Sie sich ein wenig freuen. Ich ertrage keine von deinen Eröffnungsnummern mehr! Was habt ihr daran wieder auszusetzen? Sie sind so scheißlich! Was würdet ihr denn als Eröffnungsnummer bieten, hm? Komisch, dass du das fragst. Ja, wenn wir uns nämlich schon Gedanken darüber gemacht haben. Ja, und wie wir uns visited. Ja, und wie wir Felешь Anybody mitigate? Bin ich gestorben und schon im Himmel? 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 Musik Die Show ist für heute gestrichen. Sollen wir nun gehen oder bleiben? Musik Ich freue mich, dass es wieder mal so weit ist, dass wir wieder Hoffnung ausdrucken, dass auch Sie sich ein wenig freuen. War das schon die große Nummer? Ich weiß nicht, ich habe Sie verschlagen. Ich doch auch. Darum habe ich dich doch gefragt. Weitermachen, weiter. Oh, es will nicht so laut, Sie können nicht hören. Weißt du, es geht eben doch nichts über große Oper. Himm, und das war nichts, Kettrei. Ja. Das war mal was anderes. Ja, das war wieder nicht. Aber was anderes. Aber was anderes. Ich war nichts. Nein, das war nichts. Es ist wirklich nichts. Ja, ich war nicht 8.´Sie nicht.